Die falsche Krankenstation zum Ausrauben ausgesucht, Hohlkopf. Hohlkopf! Spart euch die Drohungen, von denen habe ich viele getötet. So viele sind es gar nicht mehr. Glaubt mir. Als ich das mit dem Ausrauben sagte, da meinte ich, dass wir nicht viel Geld haben. Ah ja, Junge, guck meinen Helm an, ne? Junge, wenn ich den abnehme, da platzten dir die Augen. Äh, gibt es her, dann funktioniert es also. Ihr habt kein Serum mehr. Ich habe es. Wartet, so viel haben wir nicht. Wenn ihr mir meinen Vorrat wegnehmt, werden sich diese Leute verwandeln. Wisst ihr, was das heißt? Ich werde sie alle erschießen müssen, sonst fressen sie meine Leber. Dann stellt euren Serum her, dann wird das wohl so sein. Man betrachte es als Lektion in Akzeptanz. Oh, wie förmlich, Junge Frau. Einen Ort, wo ihr es vielleicht bekommt. Die Ruinen von Dynamit General. Dort kamen wir nicht rein. Als wir dorthin kamen, wurden die Rackguhle rasend. Es ist wohl eine ihrer Brutstätten oder so etwas. Wenn ihr das Serum wollt, holt es euch dort. Aber lasst uns in Ruhe. Das ist besser keine Zeitverwendung. Flucht. Es ist dort. Ich schwöre es bei meiner ärztlichen Zulassung. Bei der echten. Bei der echten. Bei der echten. Ah, okay. Das ist schon mal gelogen. Ja. So, gut. Na dann. Weiter geht's. Dann denselben Weg rückwärts. Jabba jabba du. Achso, rückwärts wird zu gehen. Ja, wir müssen ja wieder zurück. Ja, du willst mich vor verarschen hier. Oh, wir sind so schnell, dass nicht mal der respawn. Ach nee, wir sind in einer Gruppe, ne? In so'n... Eigentlich ist das dann eine normale Höhle. Okay. Tada. Oh, ja, da sind schon... Juhu, Gegner! Genau, Gegner. Bitteschön. Komm her, komm her, komm her, komm her, richtig. Wieder was grünes. Oh, ne, Abzeichen. Ach, schön. Oh, hier ist ein Boss. Den nehmen wir doch mit. Ja, Logo. Links, 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 hinter dir. Der da. Ach, da. Das ist schön, ich hab nicht mal Akku. Das ist angenehm, ne? Bats, das ist er da. Und gibt schönes... Hier genau, ich kann den Ausdauer. Na, guck. Oh, konnte man zwei tragen, ne? Ja. Nein. Nein. Implantate waren zwei und Relikte waren zwei. Genau. Na, dann nur Gier, dasselbe hab ich schon. Halt, hier liegt was. Ups. Na, guck. Kodex-Ertrag. Okay. Oh, warum nicht? Wenn man's schon blinken sieht... Ja. ...nimmt man's ja auch gleich mit. Hier haben wir den nächsten. Oh, jetzt wieder Kolbenschlag und BAM. Das Ding ist... Der Kolbenschlag ist genial. 200 bis 300 Schaden, Andy. Ja, das ist nice. Ja. Ja, soll wohl angeblich meine Haupt... Äh, die lassen wir hier kämpfen. Muss man hier wirklich lang? Ja. Der Ausgang, ja. Soll wohl meine Hauptattacke sein. Ja. Ja. Meine Hauptattacke ist... ...mehr oder weniger... ...wenn ich jetzt zur Zeit mehrere, die ich benutze. Ja. Ganz normalen Heap. Um... Uh. Hallo? So geht das. Also ich hab den Vorstoß, um Punkte aufzubauen. Den Eiferschlag. Damit mach ich viele Punkte. Nehmen wir nach rechts. Oh, stirb. Ja, dann um die Punkte wieder abzubauen, hab ich dann Klingensturm... Ja. Dieb. Kauterisieren, das ist ein Feuerschlag und ein Meisterschlag. Ja, das ist halt so wie der Krieger in B.O.W., richtig? Genau. Du musst erstmal solche Combo-Punkte in dem Sinne aufbauen, sagen wir mal... ...Energie, und dann kannst du die für Spezialattacken abwenden. Genau. Okay. Das heißt, so gesehen habe ich... ...eins, zwei, drei, vier Hauptattacken, die ich durchgehend benutze. Okay. Je nachdem, wie der Cooldown ist. Ja gut, aber eine richtige Rota kannst du ja eh noch nicht fahren. Das kannst du das erstmal im Flashpoint beim Boss. Ja, das geht halt nach, äh... ...wie heißt das... ...äh... ...kommt nicht aufs Wort. Na? Priorisierung, irgendwie so. Ja, also was gerade frei ist, haust du rein. Genau. Hat halt alles cool da, und zwei bis fünf Sekunden, und das, was frei ist, wird immer frei, wird immer ausgeführt. Und dann habe ich noch eine Attacke, die heißt Heap, die kann ich dann dauerhaft nutzen, während meine anderen Attacken Cooldown haben. Okay. Rechts. Oh, das könnte... Das ist eine Klassenquest für dich. Bodywise. Das könnte abgehen. Oh, doch nicht. Lieutenant Karlsuh, ich bin der Rest von Commander Childress' fünften Sonderkommando. Jawohl. Oh, bitte, sagt, dass ihr unsere Verstärkung seid. Ja, komme wegen den Daten, eure Hoffnung wird erhöht. Äh, ich komme wegen den Daten. Childress schickt uns. Habt ihr Ärger? Einen Moment. Alles klar, Leute. Und wir haben noch Unterstützung von der Basis bekommen. Oh, die Feiglinge. Das ist alles, was von unserem Forschungsteam übrig ist. Boah. Und wir haben gerieten in den Hinterhalt. Diese Plünderer haben geahnt, dass wir hinter was Gutem hier waren. Wir müssen sie lange genug aufhalten, damit das Forschungsteam die Daten finden und herunterladen kann. Äh, was? Fangen wir an. Äh, seh zu und lernt. Jetzt werde ich zeigen, wie der Chaos-Trupp die Dinge regelt. Okay, die Daten haben oberste Priorität. Alle ins Schiff, los! Schiff? Schiff? Hä? Hä? Hold on. Action, würde ich sagen. Action-Jackson. Ja, war das unser. Ah! Hallo! Frühstück! Oh, unterbrochen. Ja, guck. Ja, einfach. Drücken wir hier mal einen Knopf. Genau. Komm rein! Jetzt sehen sie laufen. Und wuff, tot! Nee, doch nicht. Schade. Der Knopf kommt gleich zu Ende. Ein schwarzer Bildschirm. Oh, jetzt geht's. So, jetzt muss er hier weiterlaufen. Und dann hier in den Gang. Ich habe einen Weg gefunden, ihre Anweisungen sogar noch zu übertreffen. Ich hoffe, es macht ihn nicht. Los, wo seid ihr Gegner? Da sind die Gegner. Na komm, schieß. Weiter geht's. Und nächstes Knöpfchen Rücken hier. Dafür bist du dran. Okay. Ah, okay. Muss ich eh dabei sein. Gespräch beginnen. Aha, siehst du? Ich bin der Kurzknacker. Also, passt zu Hause auf eure Autos auf. Ich komme. Das ist so. Ja. La, 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 la. Und immer geradeaus. Gegners. Wir warten auf euch. Da ist das nächste Sprich. Das nächste Pult. Müssen jetzt die Gegner auf. Jetzt. Dann jetzt. Nein. Okay, dann nicht. Jo, haben sie PP. Dann kommen sie danach jetzt wahrscheinlich. Ja, siehst du. Ein CIS. Nee. Okay, vielleicht auch nicht. Rosa. Hallo. Rot. Fertig. Alter, wir machen so viel Schaden an die. Boom, bam, bam. Brenner. So, weiter geht's. Müssen verteidigen. Da kommt der Boss. Echt? Bin's da nicht erstmal. Sag, hau weiter drauf. Ja, mach ich. Jetzt flüchtet wer. Kaputt. Streukanone. Streukanone, was ist das denn? Ausdauer. Ausdauer. List, List ist doch, glaube ich, für deinen Typen da, ne? Für deinen Begleiter. Ne, mein Begleiter trägt dasselbe wie ich. Ziehgenauigkeit. Leider. Hm. Okay, am Gespräch beginnt. Aber ich werde den eh nicht behalten, weil... Zwei mit Pistolen ist scheiße. Wären das jetzt unsere verkohlten Leichen. So viel ist sicher. Leider sind wir noch nicht fertig, bis die Daten von diesem Wrack in den Händen von Commander Vicky sind. Es ist so gut wie erledigt. Euer Dank hat mir besser gefallen. Also dann... Aber du bist auch nicht gehüpft, wirst du? Ihr könnt am besten helfen, wenn ihr die sich da anpäts zu Commander Vicky am Außenkopf stehen. Die sind immer noch da. Ich verteidige das Team, bis Verstärkung eintrifft. Ne, guck dir die Glubchis mal an. Guck, schauen wir in die Augen. Ah, doch, doch, stimmt, hast recht. Ja, da sind sie wieder. So, okay, wieder zurück. Ja, müssen raus. La, 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 la. Okay, eine Quest sehe ich hier noch. Die, unsere Helden plus Zweier-Quest. Ja, dann nehmen wir die als nächstes. Oh, da hinten habe ich einen Gegner. Einen fetten Boss an die. Oh, das ist schön. Bist du da? Okay, Action. Brenne! Fertig. Wie gesagt, fetter Boss. Hö, hö, hö. Stärker ausdauert, was für dich. Ne, ist schwere Rüstung. Ich würde auch nicht zerlegen. Schwere Rüstung kann ich leider nicht tragen, das ist nur für meine Klasse als Tank. Ja, aber dann zerlegen drücken, ne, dann kriegst du die Sachen. Ja, ja. So. Na, ich würde sagen, wir fliegen jetzt... Zu der Helden Zweier-Quest. So, wir hätten wohl dir das Rackgul-Serum... Achso, im Krankenhaus wieder. Okay. Wir fliegen jetzt zum Krankenhaus. Gleiten, Entschuldigung. Gleiten. Ja, unsere Frauen haben uns ganz viel Gleitgräben mitgegeben dafür. Gleiten wir zum Krankenhaus, dann oben die Helden Zweier-Quest, dann gehen wir nach ganz unten und machen die... Äh, unsere... Klassen-Quest. Klassen-Quest, genau. Und dann gehen wir alle ab. Und freuen uns eines neuen Levels. Bist du dann schon 20? Das müsste dann so gut wie Level 20 sein, ja. Ja, guck mal, ich hab nicht mal vier Striche. Was ich gesagt habe, Andi, das wäre Blitzen gewesen, wenn du bis 20 gewartet hättest. Ja. Noch hinter mir? Ja, weil du einfach viel mehr EP bekommst, ne, für die Quests noch. Ja. Weil wir hätten ja diesen Planeten eigentlich nur Klassen-Quest machen brauchen. Genau. Eigentlich. Aber wir wollen euch ja auch überall ein bisschen was zeigen. So, jetzt müssen wir hier wieder raus. Hä? Ah, wir müssen hier. Hier links runter. Hier müssen wir nach unten. Dann machen wir die hier kaputt. Die klauen mir meine Gegner. So. Wart mal, ich guck noch mal genau. Gibt's auf jeden Fall anderen... Ich glaube, unter uns ist der Eingang, Andi. Hier runter. Ich glaube, da doch, ja. Ne, hier ist gar nichts. Doch, da unten ist der Eingang. Hier. Bei den Rack-Ghulen. Stimmt. Oh, ich lass die erst kommen. Oh. Ja, guck. So, und hier haben wir den Eingang. Rätzt ihr nochmal am besten? Bisschen Leben. Oh ja. Äh, hab ich die ganze Zeit nie drauf gehabt, weil wir vorher Heile hatten. Ja. Aber brauchen wir nicht. Das ist Blödsinn. So haben wir mehr Schaden bei uns. Absolut, ja. Ich hab mich jetzt einmal geheilt. Die ganze Zeit. Oh, ich sammle mal ein bisschen hier. Na, ich kann nicht rum. Aber dafür haben wir einen Schaden gerade gemacht. Rums. Und da sind sie down. Ich hab's gerade ein übelstes Erdbeben gegeben. Das war da, äh, meine... Stampfen war das. Oh, ich kann's dir zeigen, ja. Oh, mein Gott. So. So. So, wie schnell die Finger kaputt gehen hier. Das gibt's ja gar nicht, ja. Muss man mal ein paar Punkte lang, ja. Ja, das ist lächerlich, jetzt, Andi. Ja. Oh, da oben haben wir schon mal einen. Da wollen wir hin. Jo. Man merkt einfach den Unterschied. Oh, hallo. Oh, man kommt schon, dass das ist wahr. Äh, hier. Muss ich gucken, ob er mitzählt für dich. Ne. Aber ich kann auch draufklicken. Okay. Wer brauchen wir? Einfach nur dieses Teil einsammeln. Oh, okay. Äh, ist er soweit? Gegenüber, ja. Auch ein Boss. Oh, ja. Okay. Oh, wie gesagt. Zeig. Akromatik ist an. Oh, das war's. Das ist lächerlich. Ja, boy. Haben wir nicht vielleicht hier noch einen Boss? Nö. Na gut, dann töten wir eben noch die 5. Ist hier drüben ja auch noch was einsammeln. Bei mir leckt's. Einen noch. Ja, bei mir ist auch ganz ein bisschen noch. Aber es liegt halt wirklich am Server. Schon wieder. Ja, ist natürlich jetzt auch... Boah. Hauptspielzeit. Boah, jetzt können wir raus hier. Ja. Da können wir gar nicht zu, Leute. Das könnt ihr euch auch bei Star Wars durchlesen. dass sie wirklich übelste Performance-Probleme haben zurzeit. Schade. Keine Kiste. Nö. Hallo. So. Ja, bald müssten auch wieder neue Flugmissionen kommen. Die ich euch dann zeigen kann. Und natürlich, bald wird auch ein Flashpoint kommen. Aber wir müssen halt auch gucken, wie wir das machen. Wir wollen erstmal hier runter vom Planeten, wenn wir ganz ehrlich sind. Genau. Und wir möchten gerne auf den nächsten. Weil unser Level ist eigentlich schon zu hoch für hier. Ja, guck, sind wir gleich auf dem richtigen Wege hier. Weil... Die Rackgule durch. Weil, ihr müsst euch das auch so vorstellen, umso länger wir hier sind, umso weniger EP bekommen wir. Und umso mehr Videos wird es einfach hellen Bereich. Bitte ich. Hinter uns sind welche. Ja, die laufen. Na, das ist noch mal. Rechts hier weiter. So, was müssen wir hier unten machen? Untersuche die Absturzstelle, oder? Einfach nur hier runter liegen, oder? Untersucht. Jetzt müssen wir da hin. Ich noch nicht. Ich hab die Quest gar nicht. Hat mir doch gegeben. Du bist bereits auf der Mission Helden plus zwei gefallene Sterne. Weil das gerade bei mir nicht geläuchert hat, okay. Jetzt hab ich's. Ja. Okay, und jetzt hier vorne? So, ja, die beiden müssen wir angreifen. Ich würde sagen, du's... So, haben wir so beide down. Ich hab irgend so'n Dot auf mir. Oh, ein bisschen hier. Irgend so'ne grüne Suppe blubbert auf uns. Oh, hinter dir. Oh. Eine Patrouille. Ich seh, der ist noch ein bisschen Feuer. Macht. Alter, der... Mein... Toll. Mein Vieh, Alter, wenn der schießt... die gegründeten wird sich an als wenn ich gerade im battlefield wäre echt halt habe ich mich gerade erschrocken ich gucke mich gerade um nicht dass uns hier einer angreift habe ich gedacht nur nehmen wir das nehmen wir alles mit die müssen wir eh erst töten erstmal hier den kleinen ein mechanischer Heiler ein toter mechanischer Heiler Haftbombe stannen anpeilen und Kolbenstark widerstanden soll der mein Kolbenstark widerstanden so am gespräch beteiligen jawoll das sind die raketen die du bergen solltest aber diese sprengköpfe wurden entfernt ja was für ein Schlingel irgendwas sollen wir hier vorne machen ja einmal die 15 Leute töten und hinter uns wo wir jetzt hier lang gehen hier lang da sind die Sprengköpfe ja gut dann da lang unterwegs werden wir das schon finden schalalala ja komm dann töten wir die 15 Viecher hier eben noch mit ja klar da sehen wir mit ist doch nicht schwer jetzt hier die hellen Zweierquests ja was er gesagt hat oh stärker ausdauer Machtkraft Lichtschwert dunkel oder höher für das Hauptschwert verliere ich 4 Stärke 16 Macht und für das Nebenschwert verliere ich 6 Ausdauer und 16 Macht dann Arschleck weg damit ja komm die Gruppe hier machen wir auch down ja aber pull nicht die links daneben deswegen komm pull schieß die einmal an und lauf hier ein bisschen zurück dass sie ein bisschen zurückgepullt werden nicht dass wir dann beide Gruppen haben oder das überleben wir auf jeden Fall nicht ein bisschen zurückgepullt ist es vorbei oh 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 ah wenn die andere kommen kommt sagt ja oh 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 Ich klatsch den dann ganz rechts um, ne? Mandalorianer, Mandalorianer Ich glaub, man war alle um hier Einfach rein da Ja, du wolltest den alleine umhauen Oh, scheiße, ich hab gleich den nächsten gepult Ich stunne den Ich nehme auch mal einen Buff, dass ich mich heile nebenbei Du brauchten wir eh Puh, aber jetzt erstmal heilen Das war schon nicht schlecht Am Gespräch beteiligen, ja, ok Ja, ja, ja